Ja, okay. Wo kommt diese Stimme eigentlich her? Komisch, komisch, naja. Hier ist jedenfalls der nächste Stampfer, den werden wir auch schnell mal eben ausmachen. So, drücke T. Stampfer aus. Oh, epische Musik setzt wieder ein. Äh, okay, oh, oh. Auf sie! So, ich lasse jetzt mal eben die Käfer einfach nach vorne. Wir gucken mal aus der Entfernung ein bisschen zu. Da, auf ihn! Oh, oh. Äh, ja, okay, vielleicht sollten wir doch nicht nur zugucken, sondern auch ein bisschen eingreifen. Und nicht unsere Käferchen hier alles alleine machen lassen. Aber scheinbar sind sowieso schon alle erledigt, außer... Ja, okay, doch, es sind alle tot. Ist hier noch jemand drin? Ja, ich höre hier doch noch. Hä? Hä? Hä, wo ist denn hier noch? Hallo? Lass mich doch mal durch hier. Ist hier noch irgendwo einer? Nee. Merkwürdig. Na gut. Hier sind auf jeden Fall Vorräte. Geh mal weg hier. Energie und ein wenig Munition. Und dann, nach da geht es weiter. Da ist der nächste Stampfer. Ist hier auch wieder irgendwie so ein Bunker? Ja, ich sehe Licht. So, ihr folgt mir, das ist sehr gut. Dann würde ich doch sagen... Wo sind die Gegner? Na da, auf sie! Ja, los. Alle hin da. So, und ich folge einfach mal. Uh. Uh. Hallo? Ist hier noch jemand? Nein, hier ist niemand mehr. Da liegt noch eine Leiche. War es das schon? Oh, da war noch jemand. Okay. Äh, was haben wir hier? Ich drücke einfach mal. Äh. Er hat wohl weggeschossen. Ach da. Kann ich mal eben... Uh. Hier geblieben. Und schieß. Und du da hinten auch. Kann ich sehen? Ja, ich treffe ihn. Okay. Gut, das waren hier, glaube ich, alle. Dann nehmen wir nochmal eben... Ach so, ich mache mal Licht. Ein wenig Energie. Noch mehr Energie. Hier sind noch mehr Kisten. Hm, und im Moment ruckelt es ein wenig. Was mir, ehrlich gesagt, gar nicht so gefällt. Ich weiß aber gerade nicht, woran es liegt. Im Moment bin ich nur bei 19 Frames. Hm, keine Ahnung. Ich hoffe, das bessert sich noch. Wenn ich hier ein wenig weitergehe. Ansonsten muss ich gleich nochmal eben unterbrechen und mal gucken, was das denn wohl ist. Aber zuerst machen wir hier mal die Lampe aus und drücken Tee. So, kann ich hier rückwärts... Ja. Okay. Runterfallen wollte ich eigentlich nicht, aber hat mich keine Energie gekostet. Von daher egal. So, Käferchen. Ach so, ihr seid alle da. Äh. Oh shit. Bunker, Bunker. Lauft, meine Käferchen. Lauft. Oh, oh shit. Die können mich ja beschießen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, scheiße. Und shit, da ist... Da ist ein Kraftfeld davor, glaube ich. Kann ich hier irgendwo rein? Nein, kann ich auch nicht. Äh. Ja, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Und... Pass auf, da machen wir mal eben... Puts. Oh shit, keine Pfeile mehr. Bam. Gut, das wäre erledigt. Da, ach so, das ist mein Käferchen. Ähm. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier in den... Bunker reinkomme. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Ja. Lauf, Rorden. Lauf, 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 lauf. Oh shit. Wow, fuck, 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 fuck. Ja, das war sehr erfolgreich, auf jeden Fall. Ich würde sagen, weil das so gut war, versuchen wir das doch direkt nochmal. So, wir sind wieder hier bei diesem Stammfahr. Da war der... Bunker. So, vorsichtig. Habe ich denn irgendwas übersehen? Komm, lass mich durch hier. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Gang, wo man... ...da hinten rum kann? Nö, ne? Nö. Hier drin ist auch nichts. Nö, hier sind Trümmer, aber sonst... ...sieht nicht so aus. So, lasst mich durch, meine Kleinen, lasst mich durch. Na gut, ähm, Revolver. Dann würde ich doch sagen... ...das versuchen wir nochmal. Ich gehe jetzt nicht zu dem Bunker da oben hin. Oh, shit. Boom. Boom. So, Käferchen, ihr... ...seit bei mir, das ist gut. Da hinten sehe ich noch einen Bunker. Ja, die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Der eine Bunker ist dort. Kann ich jetzt versuchen, da hinzulaufen? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal. Lauf, Gordon. Lauf. Oh, 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 oh. Shit, ich höre, komm mal. Ich höre, komm mal. Stirb. Wow. Alter. Fuck. Okay, das kam, äh, unerwartet, ehrlich gesagt. Na gut, aber jetzt wissen wir Bescheid. Von dort oben kommen ein paar Gegner. Hm. Na gut. Käferchen. Kommt her. So, Käferchen, ihr greift mal die da hinten an. Während ich einfach mal hier stehe und euch zugucke. Ja. Ja. Eine Granate. Uah. Shit. So, kriegen meine Käferchen das hin? Nein, kriegen sie nicht. Das ist ja... Granate, 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 Granate. Okay. Der ist erledigt. Komm, ich nehme mal eben die hier. Und jetzt wieder laufen, 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 laufen. Und jetzt dran denken, von dort oben kommen irgendwo Combine. Ja, genau da. Ja, genau, von da. Hm. Das ist ja ein wenig knifflig jetzt. Ehrlich gesagt, habe ich diese Stelle auch viel einfacher in Erinnerung, aber... Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch einfach irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. So, gib mir den Revolver. Boah, die sind so klein, ich kann die kaum sehen. Ich glaube, den einen habe ich erwischt. Und den anderen glaube ich auch. Sieht gut aus. Ich bin doch so blöd. Jetzt habe ich hier die Armbrust genommen, um ranzuzoomen. Und dabei kann ich das doch auch einfach so machen. Naja. Okay. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh shit, ich kann nicht mehr laufen. Schnell, Gordon. Schnell, laufe, 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 laufe. So, erstmal du weg, du weg. Und ihr weg. Nachladen, nachladen. Oh shit, 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 shit. Okay, ich werde irgendwo beschossen. Ich habe keine Ahnung von wo. War es das jetzt hier? Okay, das war es glaube ich hier. Und das scheint der Bunker von hinten zu sein. Ja, das ist der Bunker von hinten. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. So, ihr beiden. Nicht mit mir, meine Freunde. Ja, ich glaube, Statusbericht, da könnt ihr lange drauf warten. So, danke für die Kiste. Ja, Team 9 ist nicht mehr ganz so gut drauf jetzt. Tut mir leid. Ich höre schon wieder Beschuss. Von wo? Von dort hinten? Wo denn? Gut. Die epische Musik hat ausgesetzt. Einmal durchatmen. Habe ich hier was übersehen? Nein, sieht nicht so aus. Das sind normale Kisten, okay. Ja, meine Freunde, dann folgt mir. Und dann gehen wir mal... Achso. Ich dachte, hier geht es irgendwo rein. Geht es hier rein? Hier geht es rein. Die Frage ist, will ich hier überhaupt rein? Oh, oh. Hallo? Ah, okay. Meine Ameisenlöwen greifen die Dinge auch an. Das ist natürlich praktisch. So, wo sind denn die anderen? Hier, kommt alle her. Komm, 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 komm. Sehr gut macht ihr das. So, oh, oh. Beschuss, Beschuss. So, rückt mal vor. Da habe ich kaum ein Bein gesehen. Oh, oh. Stirb. Ups, jetzt habe ich gerade meinen eigenen Käfer hier beschossen. Das ist aber auch ungünstig, wenn die... Alter. Krasser Shit. Das ist aber auch ein bisschen ungünstig, wenn die hier immer... ...ein voll in die Schussbahn reinlaufen. So, wo sind wir jetzt? Wir sind... Achso, wir sind wieder hier. Na gut. Pass auf, ich nehme mal... Wo ist denn meine... Da, Schrotflinte. Und dann rücken wir mal... ...vorsichtig vor. Die Dinge habe ich schon wieder völlig vergessen. Boom. Machen wir es doch einfach so. Dann rücken... Ah, brennende Fässer. Hallo. Da ist noch jemand. Boom. Wollte der etwa gerade eine Granate werfen? So. Oh shit. Treffen müsste man natürlich können. Ja. So. Hallo. Gut. Gut. Sieht aus, als wäre es das gewesen. Da kommen auch schon neue Käfer. Mal gucken, haben wir ja auch nichts übersehen. Explosives. Ja, das haben wir schon festgestellt. Beziehungsweise der Gegner hat es eher festgestellt als wir. Äh, da ist irgendwas drin. So, kommt das hier mal eben weg. Äh, nein. So. Vorräte. Gut, was habe ich jetzt... Nee, das ist eine Flasche. Irgendwas habe ich gerade eingesammelt. Ich glaube, das waren Pfeile für die Armbrust, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich mache mal ein bisschen Licht. Ähm... Ist hier... Nö, das war's. Na gut. Hier wieder durch. So. Loch in der Decke.